ja hallo und willkommen zurück zu let's play with a surface 4 bei der mission 1 0 sicht wir fahren jetzt auch direkt hier weiter ich hab jetzt vergessen die glocke zu machen haben wir jetzt schon wieder verspätung dieses projekt werde ich kommt jetzt darauf an wie viele teile es werden täglich zwei tage hat veröffentlicht kommt halt darauf an wie viele teile es werden ich hoffe es werden nicht so viele wir haben eine minute verspätung jetzt hören wir gleich was im blauen raum ist jetzt sehen wir gleich was im blauen raum ist ja ist nicht so wichtig 6 nee das war die falsche seite ich will jetzt nicht so nicht zum ersten mal wird auf surface 4 ich bin noch nicht durchgefahren das heißt wenn ich die mission jetzt schaffe wird wahrscheinlich auch eine urgeschaft kommen das heißt aber auch dass wir uns ein bisschen beeilen müssen das heißt fahren jetzt schon weiter haben wir eh schon verspätung nee im moment sind wir pünktlich das ist nicht sehr verwundert so pünktlich sind ah also die mission 1 sicht macht hier hinten noch unglücklich äh weh ja willkommen wo werden ich sehen Boah, sieht ja gar nix. Das liegt nicht an meinen Einstellern, das ist wirklich jetzt die Mission. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ihn nicht pünktlich angucke. Wahrscheinlich sollte er mir dann sagen, Mission gescheitert. Irgendwo mitten im Spiel, dann könnt ihr sagen, ob er die Mission wiederholen soll oder nicht. Wir sind da in Expresszug, das heißt wir müssen gleich nicht mehr überall halten. Oha, sieht ja wirklich gar nix. Wir sind wirklich pünktlich. Also vorhin, wo ich die Testaufnahme gemacht habe, da hatte ich eine Verspätung von 10 Minuten am Ende. Das heißt, die Mission war gescheitert. Ich hab ja das schon mal versucht, hab ich ja auch schon gesagt, das aufzunehmen gestern, da ist die Mission. Aber hat er mich mittendrin rausgeschmissen. Keine Ahnung, war wahrscheinlich ein Problem. Jetzt funktioniert die Mission, ja. Zum Glück. So, wir müssen dringend hier weiterfahren. Ouuuui. Das wird aber schlimmer mit der Sicht. nicht dies ist ein Wettbewerb heftig Sch! F.T.G. Metzion. Ups, schnell da! Ja, man sieht rein gar nichts. Ja, meine Meinung ist, dass es hier ist gut. Ich finde das Spiel nicht schlecht. Die TML-Studie ist also entwickelt, da hat er vor kurzem noch einen April-Scherz auf ihrer Webseite gebracht. Das wird aus der AX5 angekündigt haben. In Dubai natürlich April-Scherz. Was ich mir wünschen würde, war wieder eine deutsche Linie. Zum Beispiel in Lüsseldorf, Köln, naja Köln, Hamburg. Hat was deutsches, deutsches mal wieder. Gab es ja nur in Teil 2 bis jetzt. Besitzt man die meisten Linien im Ausland. Ja, drei Linien im Ausland, eine hier in Deutschland. Ist nicht gerecht, meiner Meinung nach. Ach, man sollte jetzt noch eine Linie hier in Deutschland machen. Ganze im fünften Teil. Wenn es das geben sollte. Weil sie haben ja nur ein April-Scherz gemacht mit der Ankündigung von Boss 5. Bevor wir jetzt was Spätung kriegen, mache ich 7, 4, 5, 10, fangen wir weiter. Wir müssen ja auch hier auf die andere Uhr achten. Zeit läuft der, wir haben noch 20 Minuten. Ist nicht gerade viel. Das ist ja wirklich nisch. Jetzt geht's auf die Expressroute. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr überall halten. Das ist ja wirklich nisch. Das ist ja wirklich nisch. Das ist ja auch die Mission. Express. So. Aha. Jetzt. noch mal ne Vegas. Haben wir noch 20 Minuten. carved. Oh, entschuldigung. Ja Leute, ich würde sagen, das war's hier. Ich würde sagen, bis zu Nixxar bei Let's Play Word of Subways Volume 4 mit der Bisschen-Gur-Sicht. Bis dahin. Tschüss.